Wie würde ein Remake zu Jurassic Park 3 aussehen? Oder die vielleicht noch viel wichtigere Frage, brauchen wir überhaupt ein Remake von Jurassic Park 3? Ja, ich freue mich tierisch darüber, dass die anderen Remake-Ideen von mir zu den Themen Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 bei euch so gut angekommen sind. Deswegen dachte ich mir, komm, wir machen da einfach so ein kleines sportliches Format raus, quasi eine Trilogie, wo wir einfach auch nochmal Jurassic Park 3 mit einbinden. Denn ja, tatsächlich können wir von den Fragen, die ich euch eben gerade gestellt habe, eine definitiv schon beantworten. Wenn ein Jurassic-Film ein Remake verdient hätte, dann wäre es doch tatsächlich der dritte Teil. Denn kein anderer Jurassic-Film ist so konfus und so abseits der eigentlichen Vision im Kino gelandet wie Jurassic Park 3. Ja, dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Schau dir am besten einfach mal die gesamte Jurassic Park 3 Playlist an. Die habe ich dir mal da oben verlinkt, da habe ich das alles schon aufgearbeitet. Und Jurassic Park 3 ist bei der Produktion ein reines Chaos gewesen. Deswegen dachte ich mir, ja, wir machen das einfach jetzt mal. Wir quatschen hier in diesem Video darüber, wie ein Jurassic Park 3 Remake aussehen könnte. Dabei sei jetzt aber Folgendes zu beachten, denn in den beiden anderen Remake-Pitches von mir, wo wir über Teil 1 und Teil 2 von Jurassic Park gesprochen haben, da haben wir uns ja darauf geeinigt, dass wenn ein Remake zu Jurassic Park oder eben The Lost World erscheinen sollte, dann sollten sich diese Remakes doch bitte mehr am Buch orientieren. Denn damit wäre eine komplett neue Stimmung eingefangen worden und die Remakes würden sich eben sehr frisch und anders anfühlen, weil eben auch einfach die Bücher anders sind als die Filme von Steven Spielberg. Bei Jurassic Park 3 haben wir jetzt eben das Problem, ja, theoretisch haben wir auch ein Buch zu Jurassic Park 3, aber das hier ist eben nur die Novelization zum Kinofilm. Das heißt, da ist nichts groß anders drin. Wir haben keine wirkliche Buchvorlage zu Jurassic Park 3. Deswegen werde ich mir hier in diesem Video für euch überlegen, wie so ein Remake aussehen könnte. Was würde ich weglassen, was würde ich anders machen? Wie könnte man dieses Jurassic Park Remake in das Franchise mit einbinden? Dabei will ich jetzt aber eine Sache ganz bestimmt und ganz fokussiert beachten. Ich möchte, dass mein Jurassic Park 3 Remake sowohl in die Remake-Trilogie der vorherigen Videos eingefügt werden kann, als aber auch als Remake im aktuellen Jurassic-Universum funktioniert. In meinem Kopf müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Wir werden jetzt herausfinden, inwiefern das irgendwie Sinn ergibt. Wir fangen jetzt einfach mal an. Mein Pitch für ein Remake zu Jurassic Park 3. Viel Spaß mit dem Video. Wie würde ein Jurassic Park 3 Remake aussehen? Ja, ihr Lieben, heute reden wir über einen Film, der schon immer im Schatten seiner Vorgänger stand. Jurassic Park 3. Ein Film, der einige wirklich interessante Ideen hatte, aber leider nie ganz so episch wurde, wie wir es uns alle erhofft hatten, beziehungsweise auch nie so umgesetzt wurde, wie es ursprünglich geplant gewesen ist. Ja, wir hatten hier bei Jurassic Park 3 während den Dreharbeiten einige Komplikationen gehabt. Unter anderem sind der Erfinder von Jurassic Park selbst, Michael Crichton und ebenfalls auch Steven Spielberg, trotz ihres anfänglichen Interesses irgendwann dann auch von dem Projekt abgesprungen und es war wirklich eine heiße Phase in der Produktionsgeschichte der Jurassic-Filme. Deswegen war Jurassic Park 3 auch letztendlich das Produkt, das wir im Kino gesehen haben. Und so gern ich den Film auch wirklich habe, muss ich zugeben, man merkt diesem Film wirklich an, dass da einiges nicht stimmt. Aber was wäre, wenn wir Jurassic Park 3 einfach neu machen würden? Was müsste sich an diesem Film ändern? Wer wären die perfekten Schauspieler für ein Remake und könnte man die Story dieses Mal besser umsetzen? Genau mit diesen und noch weiteren Fragen werden wir uns jetzt hier in diesem Video beschäftigen und damit das Ganze einen kleinen roten Faden hat, habe ich das hier in verschiedene Kapitel unterteilt. Wir beginnen jetzt erst einmal mit der allerersten Fragestellung, quasi Kapitel 1, warum Jurassic Park 3 ein Remake braucht. Und diese Frage versuche ich jetzt so schnell wie möglich, aber auch so klar wie nötig an euch weiterzugeben. Denn, naja, ich bin der Meinung, Jurassic Park 3 hatte seine Momente. Der Spinosaurus war ein absolutes Highlight und brachte eine komplett neue Bedrohung ins Spiel. Und ob man das Tier mag oder nicht, er hat definitiv seine Spuren bei den Fans oder eben auch bei den Spinosaurus-Hatern hinterlassen. Die Action war rasant und das Setting auf der Isla Sorna gab uns einige der coolsten Dinosaurier-Momente der gesamten Serie. Und ich weiß, auch das ist wieder eine sehr subjektive Aussage, aber ich bin der Meinung, dass zum Beispiel die Velociraptor-Auftritte in Jurassic Park 3 wirklich unfassbar cool gewesen sind. Und ja, auch ich als ein riesiger Jurassic Park 3-Verfechter muss zugeben, der Film hatte ebenfalls seine Schwächen. Die Story fühlte sich oft irgendwie dünn an. Die Charaktere waren nicht so gut ausgearbeitet. Ich meine, was sie mit Alan Grant gemacht haben und Ellie Settler, darüber müssen wir überhaupt nicht reden. Aber auch der gesamte Aufbau dieser Geschichte, dass wir erst einen Alan Grant bekommen, der uns als Zuschauer ganz klar suggeriert, ich bin jetzt ein anderer Mensch, ich werde nie wieder auf die Insel zurückkehren, ich habe meine Lektion gelernt. Und dann bekommen wir einen Grund serviert, warum Alan Grant zurück auf die Insel geht. Und der Grund ist einfach Geld. Also hier hast du Geld und jetzt mach. Und er macht es dann eben auch. Und ja, man kann damit argumentieren, dass Grant ja eigentlich gar nicht auf die Insel wollte. Er wollte nur drüberfliegen und alles drum und dran. Aber ich muss sagen, dass dieser gesamte Storyaufbau und der Grund, warum wir jetzt auf eine Insel zurück müssen, der hat sich irgendwie so nebenbei daher an die Wand geklatscht angefühlt. Als hätte man sich keine 5 Minuten lang Zeit genommen, um irgendwie eine gescheite Ausgangssituation für diese Figur zu entwickeln. Ebenfalls fehlt dem Film im Vergleich zu den beiden grandiosen Vorgängern einfach der Tiefgang. Den haben wir gehabt, sowohl in Jurassic Park 1, wo es ja wirklich um die moralische Frage ging, Ist das okay, was John Hammond hier macht? Oder ist die Erschaffung von Dinosauriern einfach ein gewaltiger Fehler und Hammond selber sieht das einfach nicht ein? In Jurassic Park 2 haben wir dann eine andere Fragestellung aufgebaut, nämlich die, okay, wenn wir jetzt Dinosaurier in unserer Welt haben, wie gehen wir jetzt damit um? Das war für einige ein bisschen zu viel Greenpeace-Tierschützer-Thematik, aber auch die hatte eben diesen bestimmten Tiefgang gehabt. In Jurassic Park 3 gibt es einen einzigen Satz, der noch einmal versucht, ähnlich an diesen Tiefgang ranzureichen, und zwar der Satz, den Alan Grant an Amanda Kirby richtet, als sie fragt, so erschafft man Dinosaurier? Und seine Antwort darauf ist einfach ganz melancholisch, nein, so spielt man Gott. Und das war's, mehr bekommen wir auch von der Geschichte nicht, und dabei sollte die Storyline ja komplett anders werden. Der Film sollte ursprünglich wesentlich länger sein, und sich ebenfalls erneut mit den Fragen, wie weit darf denn der Mensch gehen bei, naja, der Erschaffung von Dinosaurier in diesem Fall eben. Das heißt, auch hier muss man ganz klar sagen, sämtliche Aspekte, die in dem Film nicht vorgekommen sind, die aber ursprünglich geplant waren, hätten jetzt hier Platz in diesem ausgefeilten Remake. Und ja, wir bleiben auch bei der Struktur der anderen beiden Remake-Pitches von mir, wo ich über Jurassic Park 1 und The Lost World gesprochen hab. Da haben wir uns ja drüber geeinigt, dass eine Live-Action-Umsetzung der Bücher am besten in Serienform funktionieren würde. Das würde ich jetzt hier auch vorschlagen, dass man das Jurassic Park 3 Remake einfach erneut in eine Serie packt, da würde eine Staffel reichen von circa acht Folgen, also so eine kleine Miniserie, wo eine Episode ungefähr eine Stunde lang ging. Das Ganze kann ich, wenn ihr wollt, auch gerne mal ein bisschen auftröseln und mit euch dann auch nochmal die verschiedenen Episoden durchgehen, wo ich der Meinung bin, was hätte in Episode 1 passieren sollen, was in Episode 2, was in Episode 3 und so weiter. Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, wenn ihr mal so einen Episoden-Pitch von mir haben möchtet. Ein Remake wäre also die perfekte Chance, diesen Film oder in dem Fall eben die Serie auf ein ganz neues Level zu heben. Die Action könnte noch wesentlich intensiver ausgearbeitet sein, die Charaktere logischerweise tiefgründiger, aufgrund der Länge, die uns eben eine Serie zur Verfügung stellen könnte und die Story müsste wesentlich mehr bieten, als einfach nur, ja, Suche nach einem vermissten Kind auf einer Dino-Insel. Ich meine, wie geht's euch dabei? Fühlt ihr nicht auch, dass Jurassic Park 3 einfach so viel verstecktes Potenzial in sich behält, dass wir einfach nur herausschütteln müssen? Switchen wir rüber zum nächsten Kapitel, nämlich der Handlung. Was müsste sich an der Handlung ändern? Okay, wenn wir uns die Story von Jurassic Park 3 anschauen, ist die Grundidee gar nicht mal so schlecht. Ein Rettungseinsatz auf der Isla Sorna. Ich weiß, das kann vielleicht ein bisschen einfallslos rüberkommen und eine 0815-Ausgangslage sein, aber ich bin immer noch der Meinung, dass ein Jurassic-Film auf einer Insel immer am besten funktioniert. Und mir persönlich ist es dabei auch egal, was der Grund ist, warum wir auf eine Insel gehen. Das heißt, wenn wir jetzt hier eben einfach den Vorfall mit Eric erneut nehmen, der auf einer Insel strandet, wäre das für mich vollkommen cool. Allerdings würde ich hier einen anderen Vorschlag machen, denn wir haben ja bereits Auszüge bzw. Ideen hier auf dem Kanal besprochen, die ursprünglich für den Beginn von Jurassic Park 3 geplant gewesen sind. Und zwar sollte ursprünglich das Opening von Jurassic Park 3 eine Yacht, eine große Yacht zeigen, wo reiche Leute gerade eine Party feiern und dann wird diese Yacht von Tyrannodon angegriffen. Wir haben also ein gewaltiges Massaker direkt zu Beginn der Geschichte und dieses Schiff, diese Yacht, wäre wie eine Art Geisterjacht, ohne noch ein Zeichen von Leben zu haben, immer vor der Küste von Costa Rica herumgeschippert. So wäre dann erst die Regierung auf den Trichter gekommen, dass da etwas nicht stimmte, dass Dinosaurier scheinbar jetzt anfangen, Menschen anzugreifen. Aus diesem Grund hätte man dann auch eigentlich erst Dr. Alan Grant mit dazu geholt und ihn in diese Geschichte involviert. Das heißt, Alan Grant wäre jetzt in so einem moralischen Dilemma gefangen. Auf der einen Seite möchte er auf gar keinen Fall auf diese Insel zurück. Auf der anderen Seite aber will er natürlich dabei helfen, herauszufinden, ob noch mehr Dinosaurier entkommen sind oder welche Dinosaurier überhaupt auf dieser Insel erschaffen wurden. Denn die Tyrannodonnen, die wir hier sehen, sollten ursprünglich auch gar nicht auf Injuns Liste stehen. Das heißt, wir hätten jetzt hier den perfekten Grund, warum Alan Grant auf eine Insel oder auf die Isla Sorna hätte gehen müssen. Und zwar nicht einfach nur, weil er Geld haben wollte, sondern eben, weil herausgekommen wäre, dass auf der Isla Sorna Dinosaurier herumlaufen oder in dem Fall eben auch fliegen, die es so eigentlich gar nicht geben sollte. Was wäre das für ein genialer, mysteriöser Auftakt für ein Remake von Jurassic Park 3? Man könnte jetzt natürlich auch diese ganze Die Yacht wird angegriffen Szene irgendwie auch mit einem Eric verbinden, dass vielleicht Eric und Ben Hildebrandt es von dieser Yacht herunter geschafft hätten und auf der Isla Sorna gestrandet wären. Das heißt, Alan Grant hätte jetzt ebenfalls auch Kontakt zu den Kirbys aufgenommen oder andersherum. Und naja, die wären dann mit auf die Insel gekommen. Somit hätten wir auch unsere Rettungsmission, was das Kind angeht, im Remake mit verankert. Es sollte allerdings nicht nur darum gehen, ein vermisstes Kind zu finden. Das wäre nur ein Teil der Geschichte. Der große Fokus wäre aber das große Mysterium, was auf der Isla Sorna wirklich vor sich geht. Wo kommen diese neuen Dinosaurier-Spezies wirklich her? Und ja, die Auflösung wäre dann am Ende natürlich das Amalgam-Testing, das uns dann ebenfalls eine Überleitung zu den Jurassic World-Filmen geben kann, weil das Amalgam-Testing ist ja der Ursprung der hybride Forschung, die dann eben in Jurassic World auch zum Indominus Rex geführt hat. Wenn dir das Thema Amalgam-Testing überhaupt nichts sagt, du aber Interesse daran hast, dann habe ich dir mal da oben ein Video verlinkt, rechts in der Ecke, da kannst du gerne mal draufklicken. Da habe ich das Thema Amalgam-Testing ausführlich besprochen. Die Insel Isla Sorna könnte sich noch stärker als die vergessene Welt präsentieren. Was meine ich damit? Mit neuen Bedrohungen und Entdeckungen, die die Gruppe überraschen. Hierbei habe ich so ein bisschen das Peter Jacksons King Kong Geschichtenerzählungsprinzip im Hinterkopf, dass wir wirklich auch an verschiedene Stellen dieser Insel kommen, die uns möglicherweise auch noch hier und da kleine Ruinen zeigen. Denn wir wissen ja ebenfalls, dass sowohl von der Isla Sorna als aber auch von der Isla Nubla Ureinwohner umgesiedelt wurden, damit John Hammond dort seine Parkanlagen aufbauen könnte. Die ganze Nummer wurde bereits in Jurassic Park Trespasser so ein bisschen angerissen. Ebenfalls scheint es so zu sein, dass wir auch in Jurassic World Rebirth so ein bisschen auf diese alten Relikte eingehen. Und ich würde das jetzt auch hier schon in Jurassic Park 3 so ein bisschen mit reinbauen, um diesen Mythos stärker aufleben zu lassen. Vielleicht gäbe es außerdem noch Konflikte innerhalb der Gruppe, sowas wie moralische Entscheidungen, wie man mit den Dinosauriern umgeht oder ob man etwas von der Insel mitnehmen sollte. Quasi, naja, so eine Geschichte, die wir auch im Original Jurassic Park 3 Film hatten, wie mit Billy jetzt und eben auch Dr. Alan Grant. Als Billy dann die Eier von den Velociraptoren versucht zu stehlen und das Ganze kommt eben raus, da hält ihm Grant hier auch ganz kurz so eine Moralpredigt. So ein Konflikt könnte man aber noch wesentlich härter aufbauen. Gibt Billy wirklich eine heftige Motivation, warum er Dinosaurier-Eier von der Insel stehlen muss? Möglicherweise, um Geld zusammenzubekommen, damit seine todkranke Schwester behandelt werden kann. Gebt Billy auf jeden Fall etwas, dass wir als Zuschauer wirklich damit hadern, auf wessen Seite stehen wir jetzt wirklich? Auf der von Dr. Alan Grant oder doch lieber auf der von Billy? Somit könnte man dann auch die gesamte Story in so zwei Stränge ableiten. Der gesamte Film oder die gesamte Serie würde eben damit beginnen, dass Alan Grant, Amanda, Paul, Kirby, Billy natürlich auch noch, Nash und Udesky, dass die alle zusammen auf die Insel kommen würden und dann gäbe es einen Konflikt, in welchem herauskommt, dass Billy gerade versucht, Dinosaurier-Eier oder vielleicht auch Embryos aus irgendwelchen Überresten von Laboren zu stehlen. Und genau das treibt dann ein Keil in die Gruppe und die teilen sich auf. Und dann bekommen wir zwei verschiedene Story-Stränge gezeigt. Auf der einen Seite eben Dr. Alan Grant und die Kirbys, die weiterhin versuchen, Eric und Ben Hildebrand zu finden. Auf der anderen Seite haben wir Billy und eben, naja, Nash, Udesky und Cooper, die versuchen, DNS oder Dinosaurier von der Insel herunterzubekommen. Und am Ende werden dann beide Story-Stränge zusammengeleitet und wir bekommen den großen Climax, in dem unsere Helden herausfinden, okay, hier geht doch etwas ganz Schreckliches ab. Sie finden ein Labor des Amalgam-Testings und finden eine düstere Nachricht von Dr. Henry Wu, der gerade davon erzählt, dass er die Insel verlassen musste, denn er hat Kreaturen erschaffen, die intelligenter sind als alle anderen zuvor. Und ja, das wäre so ein kleines Foreshadowing auf die Velociraptoren aus Jurassic Park 3 und eben auch den Spinosaurus. Mithilfe der Amalgam-Testing-Storyline wäre der Fokus hier wesentlich mehr auf die Wissenschaft gesetzt. Dr. Alan Grant und Co. könnten noch weitere, bisher unentdeckte Arten von Dinosauriern wiederfinden, also Dinosaurier, die wir in den Filmen bisher noch nicht zu Gesicht bekommen haben. Man könnte den Baryonyx noch mit einführen mit einer coolen Szene, in welcher unsere Helden durch einen Sumpf hindurch warten müssen und dann auf einmal ein oder zwei Baryonyx wie so Krokodile aus dem Nichts heraus auftauchen. Und das meine ich eben auch, dass man die verschiedenen Gebiete hier wirklich nutzen kann und in den verschiedenen Gebieten tauchen immer wieder andere Dinosaurier auf und wir bekommen andere sehr spannende Szenarien. Ebenfalls wäre ich dafür, dass wir in diesem Remake auch einen Kampf bekommen. Spinosaurus gegen T-Rex, den würde ich aber ein bisschen anders ablaufen lassen und relativ ans Ende der Storyline packen, denn so hätten wir genug Zeit, um sowohl dem Spinosaurus als aber auch dem T-Rex in der Geschichte die nötige Screentime zu geben, um die beiden gefährlichen Alpha-Predatoren wirklich aufzubauen. Ich meine, wie spannend wäre es denn, wenn wir erst sehen, wie unheimlich und aggressiv und mächtig der Spinosaurus rüberkommt und dann später bekommen wir auf der anderen Seite auch noch mit, dass der T-Rex wieder zurück ist und auch der Bull-T-Rex ist wesentlich aggressiver, wesentlich kräftiger und dann am Ende der Serie sehen wir dann wirklich, wie die beiden Tiere auf dieser Laboranlage aufeinandertreffen und sich ähnlich wie auch beim Kampf gegen den Indominus Rex durch die Häuser hindurchkämpfen. Meiner Meinung nach würde hier wieder der Spinosaurus gewinnen, aber das ist natürlich auch eine subjektive Entscheidung, da könnt ihr mir gerne auch mal in die Kommentare unten reinschreiben, für welchen Ausgang dieses Kampfes ihr dann wärt. Was die Besetzung und den Cast hierbei angehen würde, das wäre jetzt ein bisschen komplizierter, da ich ja gesagt habe, dass ich gerne das Jurassic Park 3 Remake sowohl in die Filmreihe als aber auch in das Buchremake eingliedern würde, da musste ich jetzt hier eine schwere Entscheidung treffen. Und zwar werde ich bei dem Aspekt, bei dem Cast, mich jetzt doch mehr an den Büchern orientieren und an dem, was wir bei unseren Jurassic Park 1 und The Lost World Remakes, die auf die Bücher bezogen werden, letztendlich herausgearbeitet haben. Eben einfach aus dem Grund, dass Sam Neill jetzt schon zu alt wäre, um in einem Jurassic Park 3 Remake einen Dr. Alan Grant zu spielen, der jünger wäre, also wesentlich jünger wäre, als Dr. Alan Grant in Jurassic World Dominion, deswegen würde man für ein Remake den Cast sowieso neu besetzen müssen. Und ja, meine Wahl war Oscar Isaac für Dr. Alan Grant und genau dabei werde ich auch weiterhin bleiben. Oscar Isaac wäre für mich der perfekte Paläontologe in dieser Geschichte und würde in ein Remake perfekt zu Dr. Alan Grant passen. Schauen wir uns einmal Paul Kirby an, ursprünglich verkörpert von William H. Macy. Paul Kirby war im Originalfilm der verzweifelte Vater, der auf der Suche nach seinem Sohn war. Allerdings war sein Charakter manchmal etwas zu Comic-Relief-lastig, bin ich der Meinung. Im Remake würde ich ihn als ernsthafteren, entschlosseneren Charakter anlehnen. Jemand, der wirklich alles riskieren würde, um seine Familie zu retten. Und jetzt passt auf, meine Casting-Wahl für Paul Kirby in einem Remake wäre Jake Gyllenhaal. Ja, ich bin der Meinung, dass Jake Gyllenhaal perfekt für diese Rolle wäre. Der Schauspieler hat das Charisma und die Tiefe, um Paul Kirby glaubwürdig darzustellen. Also eben ein Vater, der sowohl innerlich zerrissen ist, als auch bereit, extreme Maßnahmen zu ergreifen. Das würde Paul Kirby noch einmal einen komplett neuen Anstrich verpassen und ich bin der Meinung, einen wesentlich interessanteren und wesentlich besseren. Kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsfigur. Amanda Kirby. Ja, auch hier habe ich mir überlegt, wer könnte Amanda Kirby darstellen, die ursprünglich von Tia Leone gespielt wurde. Im Originalfilm war Amanda Kirby manchmal etwas zu hysterisch und sehr flach geschrieben. Im Remake würde ich das alles komplett überarbeiten. Hier könnte sie eine stärkere Rolle bekommen. Eine Rolle als Mutter, die nicht einfach nur passiv das Opfer ist, sondern wirklich Teil der Lösung wird. Eine dynamische, interessante und mutige Figur. Und ja, auch wenn das Megafon irgendwie ein Klassiker geworden ist, auch das würde ich komplett rausstreichen. Und genau für diese Rolle wäre meiner Meinung nach perfekt eine Charlize Theron. Sie könnte Amanda Kirby eine ganz neue Dimension geben. Stark emotional und absolut bereit, gegen Dinosaurier und jede andere Gefahr zu kämpfen, um ihren Sohn zu retten. Schauen wir uns zunächst einmal den lieben Billy an. Ja, auch Billy muss natürlich eine Neubesetzung bekommen. Und auch hier habe ich mir so ein bisschen was überlegt, wer dafür in Frage kommen könnte. Billy Brennan wurde ursprünglich gespielt von Alessandro Nivola, wird es glaube ich ausgesprochen. Und der hat seinen Job wirklich gut gemacht. Ich meine, Billy war Grants Assistent und sorgte für einige der emotionalsten Momente im gesamten Film. Vor allem durch seinen zwiespältigen Charakter. Im Remake könnte Billy eine noch größere und dunklere Rolle spielen. Er könnte eine, wie gesagt, dramatische Vergangenheit haben, die nahezu dazu zwingt, Dinosaurier, Eier oder eben Embryos von der Insel zu stehlen. Vielleicht wäre er einfach jemand, der risikobereit ist und den moralischen Kompass der Gruppe komplett in Frage stellt, weil er eben seine eigenen Interessen verfolgt, die aber auch wir als Zuschauer nachvollziehen können. Billy wäre also der perfekte in Anführungszeichen Antagonist, der wirklich einen Tiefgang hätte. Und für Billy würde ich vorschlagen, ja, Taron Eckerton. Ich bin der Meinung, dass er super in die Rolle reinpassen würde. Er hat die perfekte Mischung aus einer jugendlichen Energie, die ja auch Billy irgendwie herüberbringt, und dieser Nachdenklichkeit. Eckerton könnte einen Billy spielen, der gefährlich nah daran ist, seine Prinzipien zu verraten, aber dennoch eine tragische Figur bleibt. Kommen wir also jetzt zu unserem Star-Dinosaurier in Jurassic Park 3, dem Dino, der auch erneut im Remake das Wappen, das Logo, zieren sollte. Im Remake könnte man ihn noch bedrohlicher und vor allem intelligenter machen, vielleicht sogar eine Art von natürlichem Widersacher für die menschlichen Charaktere, der eine richtige Strategie zu verfolgen scheint. Und ich weiß, jetzt kommen wir wieder in das Ganze, dann verhält er sich aber einfach wie ein Monsterthema. Ich bin der Meinung, ja natürlich, der Spinosaurus ist durch das Emergum-Testing geschaffen worden. Warum sollten die Velociraptoren auf der einen Seite unfassbar intelligent geworden sein und der Spinosaurus eben einfach nur aggressiv? Das wäre so ein kleiner Logikhebel, den man hier nochmal umdrehen könnte, um ebenfalls auch dem Spinosaurus eine gewisse Intelligenz zu verleihen und dem Tier auch wirklich zuzutrauen, dass auch er, ähnlich wie die Velociraptoren, unsere Helden in eine Falle locken könnte. Und natürlich wären auch die Effekte heute noch sehr viel beeindruckender. Das ist sehr wichtig bei einem Jurassic Park 3 Film, denn ich bin nach wie vor der Meinung, dass Jurassic Park 3 von allen sechs Jurassic Filmen das beste CGI hat. Ich bringe das Beispiel immer wieder. Wenn wir uns aber mal das Jurassic Park Compendium angucken, dann bekommen wir eine Szene zu sehen, die uns ganz klar zeigt, dass einer dieser Velociraptoren, die Dr. Alan Grant im Film umkreisen, ein reiner CGI-Velociraptor ist und das fällt uns nicht auf. Also wir können in dieser Gruppe von Velociraptoren nicht herausfinden, welcher der Raptoren aus CGI ist und welcher jetzt ein animatronischer Velociraptor ist. Und das ist nur eins von mehreren Beispielen, dass das CGI in Jurassic Park 3 wirklich unfassbar gut ist, wenn wir uns auch einfach mal den Kampf Spinosaurus gegen T-Rex genauer angucken. Ein Remake würde das Ganze also nochmal auf ein neues Level hochheben. Wir sprechen hier über realistischere Bewegungen, viel bessere Hauttexturen und detailliertere Jagd-Szenen. Wo wir jetzt beim Thema Jagd-Szenen sind, bleiben wir doch einfach gerade bei der Action. Ja, die Action, was müsste sich hier ändern? Die Action in Jurassic Park 3 war rasant, aber oft auch sehr chaotisch. Im Remake sollte der Survival-Aspekt wesentlich stärker in den Vordergrund rücken. Stellen wir uns einfach mal vor, die Charaktere müssen nicht nur vor Dinosauriern wegrennen und in Sicherheit kommen und dann wieder wegrennen und in Sicherheit kommen. Nein, sondern sie müssten auch mit der Natur an sich kämpfen, mit der Insel an sich. Hiermit meine ich Stürme, Hunger, Konflikte innerhalb der Gruppe aufgrund eben dieser Begebenheiten. Lasst unsere Helden vielleicht irgendwie mal einen Aspekt aufgreifen, wie, dass sie jetzt anfangen müssen, Dinosaurier selber zu jagen, um irgendwie an Nahrung zu kommen. Denn auch unsere Helden müssen natürlich etwas essen. Das hat der Original-Jurassic-Park-3-Film so ein bisschen plump gelöst, indem sie einfach einen Snack-Automaten gefunden haben in einem dieser Wissenschaftsgebäude. Diesen Aspekt würde ich erneut aufgreifen, aber ich würde, wie gesagt, hier einfach mal eine Jagd auf einen Galimimus oder ähnliches mit einführen und eben zeigen, dass auch unsere Figuren jetzt hier im Dschungel wirklich überleben müssen. Auch die Dinosaurier sollten eine noch wesentlich größere Bedrohung darstellen, als nur durchs Gebüsch zu preschen. Vielleicht planen die Raubsaurier regelrecht Angriffe oder die Gruppe gerät in gefährliche Dinosaurier-Territorien, wie eben gerade auch schon erwähnt, in ein Territorium von Baryonyx, dann wieder ein 1 der Flugsaurier, dann kommen wir in einen Bereich der Velociraptoren und hier kann man auch gerne neue Dinosaurier mit einführen. Bringt uns von mir aus den Ceratosaurus wieder und lasst ihn wirklich eine Rolle spielen. Ihr merkt also, wir haben in Sachen Jurassic Park 3 Remake so extrem viel Freiraum, wo wir uns kreativ entfalten könnten, dass ich wirklich der Meinung bin, wo wir jetzt hier am Ende der Remake-Trilogie angekommen sind, dass wenn einer dieser drei Filme ein Remake bräuchte und verdient hätte, dann wäre es definitiv Jurassic Park 3. Ein Jurassic Park 3 Remake hätte einfach so viel Potenzial, mit besseren Figuren, einer packenderen Story und modernerer Action, damit könnten wir endlich die Version des Films bekommen, die sich viele Fans von Anfang an gewünscht hatten. Und ja, auch ich bin ein Fan von Animatronics, lasst den Film so viele Animatronics wie es irgendwie möglich ist benutzen. Aber wir sollten das CGI auch nicht immer so stiefmütterlich vernachlässigen, denn mit den heutigen CGI-Möglichkeiten und den generellen Film-Möglichkeiten könnte dieses Remake ein wahres Meisterwerk werden. Jetzt bist wie immer du gefragt, sollte Jurassic Park 3 ein Remake bekommen und wenn ja, wie würdest du die Story verändern? Lass mich all deine Gedanken dazu in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like da und abonniert den Kanal, wenn euch das Thema Jurassic und aber auch Godzilla interessiert. In diesem Sinne, ihr Lieben, würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.